1 Kilometer rechts abbiegen. Gasthaus zum Weberknecht. 1 Kilometer. In einem Kilometer haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht, dann wenden. Ich bringe es doch. Ich bringe es doch, genau. André Gasso. Ah, ist zu klein, ne? Das ist nix. Eine Kirche, André. So, der Rundbegraben hier. In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht, dann wenden. Ich muss noch ein Stück hochfahren, ne? Dann gucken wir hier nochmal ein bisschen. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, dann drehen wir auch. Bisschen gucken auch. In 300 Metern links abbiegen, in die Gartenstraße, dann links abbiegen. Ja gut, da wird es auch zu Ende sein. Ja gut, da wird es auch zu Ende sein. Hey, nochmal links. Jetzt halb links abbiegen. Ja gut. Ja gut. Autos und Motorräder verboten. Das mal hier umdrehen. Das ist besser. Ausgenommen anreiner Verkehr. Das wollen wir noch nicht extra noch machen. Ja, drehen wir auch noch. Jetzt rechts abbiegen. Ja, sauber und ordentlich sieht das alles aus. Da kann es nicht meckern. Da fällt der Putz nicht von dem Wind. Da geht der Wind. In 300 Metern rechts abbiegen. In die Dulzinger Straße. Da ist zur Akaia, so, wie geht's. Äh, äh, Schichterei. So, jetzt wollen wir rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Die Bernsteinstraße muss ja irgendwo ein Hotel haben. Notfalls in Wien. Favoriten. Oder die Margaritenstraße. Oder wie das alles. 3,1 Kilometer der Straße vorhin. Das muss sehen. Kommt da hinten. Es wird aber schnell dunkel hier über euch. Ja, ich hab's da. Ja. Ja, was ich? Ich hab's da. Ja. Ich hab's da.